Oh, ich habe mir das tausendmal überlegt, wo ihr euch anfragen könnt, wo wir das machen können. Und ich weiss wo. Wo? Ich weiss doch nicht wo. Das ist prim. Ähm, ja, wir haben bis jetzt null Leute gefunden. Bro, aber ich frage mir, wieso du einen auf YouTube machst? Du siehst ihn ja. Ähm, eine Idee für ein neues Projekt jedenfalls. Videobre? Ja. Dass man jetzt kurz vor Weihnachten, ist ja bekanntlich die Zeit, in der grossen Stress herrscht, oder? Aber vor allem die Studenten, die viel zu tun haben. Während der Prüfung, Abschlussprüfung, also Semesterprüfung wahrscheinlich. Und zum Beispiel habe ich mir überlegt, dass ich verkleidert bin, wenn das Weihnachtsmarkt. Und den Studenten etwas Gutes, oder kann ich auch Säßigkeiten geben mit einem guten Sprichchen drauf. Und sich ein wenig motivieren für die Prüfungen. Und die grosse Challenge, die ich eigentlich überlegt habe für uns, wäre, dass wir spontan Leute auf der Strasse fragen, die mit uns wollen. Also Weihnachtsessen haben, also zu Nachtessen am gleichen Tag machen. Also jemals-Frendi? Ja. Auch cool. Dass du gesagt hast, auf der PC sie noch. Ja genau. Für den gleichen Abend. Für den gleichen Abend. Die Idee ist natürlich, dass man halt den Leuten zeigen, oder sie sollen ein wenig aus sich raus kommen, weil die Schweiz, oder? Kennst du ja, wie sie ist? Nein, ich habe schon eine reale Abend. Ja, nein, nein. Genau. Und das ist halt die Idee, dass wir dann etwas daraus machen. Ja. Möchtest du dabei? Ja, sicher wäre ich dabei. Ja. Aber Bro, also in vier so Sachen. Ja. Also eigentlich, Weihnachtsmarkt. Ich denke, easy. Genau. Aber das könnte machbar sein. Und das möchtest du auch am gleichen Tag machen. Ja. Morgen früh anfangen. Ich denke, das schaffen wir. Und vor allem hier mit dem Essen. Du kannst eine geile Botschaft überbringen. Absolut. Aber finde, am gleichen. Und was machst du noch? Er nickt gerade. So. Und ich würde sagen, wer zahlt zu essen? Okay. Ja. Schauen wir mal an. Ja, easy. Wir haben keine Ahnung, auf wann wir in Seiland kaufen. Die Idee war ja, dass ich mich verkleidet tue. Als Samy Klaus. Und ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, wie finde ich so ein Kostüm oder woher komme ich das über. Und dann habe ich letztens in der Inselstory von meinem Cousin gesehen gehabt, dass er mit seinem Kollegen zusammen verkleidet, ihre FC Junioren überrascht haben. Und dann habe ich mal Leuten geschrieben gehabt, ob er das Kostüm noch hergegeben und ob ich es für dieses Projekt auslehnen könnte. Und natürlich hat er das noch umgegangen. Ich habe mein Vorhaben geholt. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass Noel denkt, dass nur ich mich verkleidet tue. Aber weil jetzt gerade so ein richtig geist, ein schmutziges Kostüm bekommen hat, wird auch er sich mal verkleidet. Und dann bin ich nicht der Einzige im Umgang. Ah, there it is boy! Let's get in! Oh mein Gott, warte, hat jetzt alles dabei? Ist das Ender-Class-Kostüm? Nice! Nice! Die Decke abholen, check! Als nächstes Schöckerli und etwas zum Morgen holen! Das ist fast genug Platz, oder? Ja! Ok, nein, da geht es nicht. Mach mal... Ein Dab! Das Ding ist auf. Der Kleid da. Auf dem Boden liegt. Ich bin gespannt. Nein, aber ich... Es soll jetzt so schmutzig sein. Nein! Nein! Hast du das Gefühl? Ich bin der Einzige im Umgang, wo es umherläuft? Nein! 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 Ja mal! Ja, aber mit der Kamera! Ja und? Im Schmutz liegt keine Kamera! Ja! Mal! Doch, doch! Ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Ja, schnell! Hier! Warte mal! Warte mal! Wo wir heute Abend essen! Was? Warte mal! Ah, schau! Es ist enttäuschig! Ich habe voll verarscht! Ich habe ja keine Location klar gemacht! Nein, ähm... Heartbroken! Heartbroken! Oh, Tränen! Sind da Tränen? Wie wir heute Morgen eine Location finden, die jetzt nur eine Zusage brauchen, die einfach sagen, ja, ja, wir melden euch! Mhm! Finden wir irgendjemand, der uns etwas gratis zur Verfügung stellt? Kann schon sein! Ja, auf dem bin ich halt! Kann schon sein! Ja! Ich erzähle es mal fertig und dann finden wir es zusammen! Dann geht's los! So etwas noch passiert! So etwas istTwitter der Entfernung! Wenn ihr es kam, an die bekommt, dass nicht, wo man direktoh decisionen soll! Wir sind jetzt unterwegs in die Stadt. Das gute Glück hat uns nicht verlassen. Nur seine Mutter konnte uns heute Abend eine Unterkunft organisieren. Und zwar in der Mitte der Altstadt St. Gallen haben wir eine Zweizimmerwohnung, die leer steht. Meine Mutterschaft ist im Immobilienbereich. Wir haben diverse andere Telefone gemacht. Also ich, niemand erreicht, eine Absage bekommen. Dann sind wir auf die Idee gekommen, warum nicht das anzufragen, was am nächsten ist meine Mutter. Und zum Glück haben wir eine leerstehende Wohnung. Let's go! Und jetzt kann man wieder Musik up-edroppen. Das ist ein wenig, bitte hoch, hoch, hoch. Schau dir doch mal los! Das ist das Problem! Ist gut. Ho ho ho! Ich wünsche einen ganz schönen Fast-Tag. Und viel Erfolg, viele Prüfungen. Also den ersten Teil haben wir geschafft. Ich hoffe, alle haben es Freude gehabt. Und wir haben es geniessen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der wesentlich strenger und schwieriger wird sein. Wir müssen jetzt zehn wildfremde Leute befragen. Oder finden, wie es gesagt auf der Strasse. Und mit uns seit Abend das Weihnachtsessen. Ho ho, Colby! Ja, wir haben bis jetzt null Leute gefunden auf der Strasse. Es stellt sich doch noch ein bisschen schwieriger aus, als man gedacht hat. Es ist jetzt gerade zwölf Uhr. Und wir versuchen jetzt mit den Leuten abzufangen, die an Mittag gehen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unanständig ist. Weil die Leute halt recht nicht mehr umsickeln sind. Aber wir probieren es gleich mal, oder? Also weiter geht's. Ich finde das super. Für das habe ich schon gesehen. Sind Sie sicher? Ja, sicher meine so offene Leute. Ich bin schon noch früher. 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 Wir sind so langsam runter. Person Nummer eins. Jetzt geht's los. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich habe jetzt gerade eine Ehepärchen gefunden. Unsere Angst ist gewesen, dass man nur die Gleichaltrigen, Gleichgesinnte, von Studenten findet. Das ist jetzt ein Beweis, dass es auch anders geht. Eine ältere Dame haben wir auch, die prost. Darum muss das noch schreiben. Es ist Motivation genug, weil ein Sche Admihat nicht ist. Wir wollen kein Geld gewinnen, wirklich. Nein, es ist wirklich. Das ist ein Riesentanz. Darf ich das machen? Das ist so nicht selbstverständlich. Das ist ein Spiel, das nicht gut läuft. Ja, auf den schauen wir. Aber dass es Leute gibt, die eher junge Leute, die so etwas an die Hand nehmen und machen, ist doch... Hey, danke vielmals! Danke vielmals! Danke vielmals! Danke vielmals! Warte zu dir! Viel Spaß! Danke vielmals! Nach 3 Stunden herumfragen, hatten wir unsere 10 Leute endlich zusammen und waren einfach nur baff für eine ganz positive Energie, die wir so echt nicht erwartet hätten. Aber die richtige Challenge hat uns erst noch erwartet. Wir sind gerade jetzt auf dem Weg zum Noëlheim. Wir haben uns jetzt gerade die Wohnung angeschaut, die wir haben, die wir uns zur Verfügung stehen. Und wir haben gesagt, das ist scheisse! Da bringen wir viele Challenges. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Jetzt ist es 3. Und in 4 Stunden haben wir gesagt, dass es los geht. Wir müssen jetzt unbedingt einen Tisch bei mir zuhause holen. Bei dir Lampen nehmen. Es sind keine Lampen. Ähm, sonstige Accessoires. Essen organisieren. Nein, also ich glaube, die erste richtige Challenge geht jetzt los, das ist das Gefühl. Jetzt packen wir die Lampen ein und dann gehen wir rein. Schau, wir haben so viel Fahrräume Zeit, dass der Dian gerne noch denkt, der macht die Lampen kaputt. Als meine Mutter gesagt hat, nehmen wir die nicht mit, die machen sie eh kaputt. Und ich habe gesagt, Mami, aber haltest du uns eigentlich für dummes hier? Und wir machen sie sicher nicht kaputt. Ich bin jetzt gerade bei der Schwester, vor allem von unseren besten Kollegen, die Heizhoffelchen zu holen, weil wir keine Heizung da unten haben. Und jetzt muss ich auch einfach hier noch zeigen. Das ist ihre Aussicht. Fucking atemberaubend. Wenn da kein Weihnachtswunder gibt, weiss ich auch nicht. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit. Es ist 5 Uhr. Es wird eine verdammt enge Zeitchallenge. Es wird verdammt eng. Leute, so sieht das aus. Leer. Wir haben noch etwa 1 Stunde, 20 Minuten, bis es hier richtig losgeht. Wir müssen aber einkaufen. Und was müssen wir da machen? Wir müssen aufstellen, richtiges Zeug, damit man sich erst kommt empfangen. Und ja, eigentlich haben wir keine Zeit bekommen, also eigentlich müssen wir gleich weitermachen. So, meine Freunde. Jetzt sind wir da vor Ort. All set up. Ähm, wir sind jetzt fertig eigentlich, schon für den Tag. Wir waren wirklich. 8 vor 7 Uhr. 8 vor 7 Uhr. Jetzt geht es gleich los. 7 Uhr solltet ihr anfangen. Und genau jetzt, aber wie haben wir gesagt, 6-7 Minuten vor dem 7 Uhr sind wir fertig geworden. Jetzt sind wir sehr gespannt auf die Leute, die nachher kommen. Ähm, wir haben uns nichts überlegt von heute Abend. Kein Programm, nichts. Das waren aber alles spontane Menschen und ich hoffe, es wird zu viel Gesprächsstoff geben. Wir sind jung und alt. Wir sind sehr gespannt. Und jetzt geht es nicht los, würde ich sagen. Oder was meinst du? Definitiv. Ich bin etwas nervöser. Wir sind auch echt durch. Hallo. 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 Was hat Ihr Dokument wie gemacht? Spontanität und neugier. Ja, das ist so dabei. Das ist ja so ein Ungewies. Ich kann eigentlich auch eine Kollegen entfielen. So ist offen zu machen, aus Experimenten versuchen Sie somit. Wir haben gesagt, wenn es nicht gut rauskommt, gehen können sie jederzeit. Es zeigt sich, dass es unglaublich spannend ist so wäre zuwältigen, das habe jeder юar probiert. Mal probieren. Es hat mich in diesem Moment gekribbelt. Es war wirklich emotional. Keine Ahnung, es ist so menschlich. Ich weiss nicht. Aber die Wärme, die Offenheit zu spüren, hat mich wirklich berührt. Und die Schwarze oder Tod war auch klein. Sehr geil! Dann ist es Offenheit, Klischeebruch, Kommunikation. Ja, das sind so die Schlüsselwörter, die ich mitnehme, die ich auch als extrem schöne Erfahrung mitnehme. Es war einfach schön, so viele Leute kennenzulernen und mit ganz Freunden zusammensitzen. Und eben, wie schon gesagt, es wird zu viel mehr geben. Einfach spontan noch mal etwas machen, weil es bringt wirklich Anwärtslich ins Leben und macht einen auch glücklich. Kommen wir vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Danke schön. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Ja, guten Morgen. Wir sind... recht kaputt. Ja, das Fazit vom Abend, es ist... unglaublich gewesen. Also das hätte wohl niemals erwartet. Also ich zumindest. Ich auch nicht. Also nochmal danke an die Leute, die gekommen sind. Dass sich auch viele einfach die Zeit auch wirklich effektiv genutzt haben. Ich meine, der Valentin und die Ursula haben... Eigentlich haben sie einen anderen Termin gehabt und sie haben ihn abgesagt. Genau, sie haben die Vernissage abgesagt für uns. Der Joel hat... Seine Mutter versetzt. Ja, also versetzt hat sich ein bisschen warten lassen in seiner Wege. Der Dave hat eigentlich... Musen lernen. Musen lernen. Und er hat es wirklich verschrauben für uns. Und ja, der Rest halt auch. Alle haben sich wirklich die Zeit genommen für wildfremde Leute. Und ja, irgendwie schon noch recht speziell. Und der Abend an sich war sehr spannend, wie sich die Leute miteinander angefreundet haben. Wie sie sich ausgetauscht haben. Und du hast einfach so viele spannende Sachen auch von diesen Menschen erfahren. Lebensgeschichten oder was sie machen beruflich. Du hast auch wirklich neue Freundschaften gegründet. Es bringt auch einfach weiter. Und das war für mich eine Bestätigung, dass das auch in die Schweiz geht. Man muss sich nur Mühe geben und offen auf die Leute zugehen. Und bei einer Absage oder bei einem Gopi einfach nicht aufgegeben. Weil das ist einfach das ganze Leben, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja. Ich hoffe wirklich, ihr habt es Freude gehabt, wenn wir uns auch zum Aff gemacht haben in Soundclouds bestimmen und alles. Ja. Es war ein richtig strenger Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilen es mit euren Freunden und Familien. Besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Und vor allem, ich hoffe, die Botschaft ist bei euch angekommen, die sich so viel für uns bestätigt hat. Dass wir manchmal einfach etwas Neues sich getrauen, offen auf andere Leute, andere Kulturen zugehen. Und aus den Konventionen, wenn man auch ausbrechen will. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du eine Erfahrung machst, so oder so, ob sie positiv oder negativ ist. Aber es bringt dich immer weiter. So ist es. Definitiv. Super. Dann machen wir den Boden noch fürcht. Ja. Ja. Ja.